Musik Mein Name ist Stefan Kuper, ich bin 38 Jahre alt, studiere soziale Arbeit und mein Hobby ist Graffiti. Ich bin 1993 angefangen, da habe ich meine erste Skizze gemalt in der Schule und seitdem konnte ich meine Finger nicht mehr davon loslassen sozusagen und mal eigentlich fast täglich. Man muss allerdings sagen, mittlerweile ist es mehr Kunst als Traffiti. Musik Wir sind immer viel rumgefahren, also ich hatte dann halt auch ein paar Freunde, mit denen wir halt immer uns getroffen haben, gezeichnet haben viel. Und ja, damals haben wir mit einem Wochenendticket immer durch die Gegend gefahren und haben uns immer Bilder angeschaut und Hall of Fame in anderen Städten. Natürlich gibt es viele Sachen, auf die man achten sollte. Ich glaube, das Wichtigste ist erstmal Respekt gegenüber anderen Leuten und anderen Bildern zu haben und nicht einfach irgendwie darüber zu gehen und die überzumalen und zu wissen, wer steckt dahinter oder was sind das für Leute. Vor allen Dingen auch, wenn man irgendwie auch nicht besser ist als derjenige, der das schon gemalt hat. Also man sollte schon auf jeden Fall Respekt mitbringen und natürlich gibt es auch Regeln, an die man sich halten muss. Graffiti ist für mich mein Lebensgefühl. Also ich zeichne gerne und bin gerne kreativ und liebe die Farben, die Formen, die Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und eine schöne Wand zu machen, gestalterisch zu sein. Irgendwann hatte ich Lust, was zu Hause zu machen und nicht nur immer nach draußen zu gehen. Habe mir Leinwände gekauft, ein bisschen Farbe und habe einfach ausprobiert. Und mittlerweile mache ich das eigentlich hauptsächlich. Aber Graffiti halt auch immer noch. Geh gerne mit Freunden raus, malen dabei, Grill an. Wo fängt Vandalismus an, wo hört er auf? Naja, keine Ahnung. Vandalismus ist ein weit oder ein dehnbarer Begriff. Aber ja, also ich kann schon verstehen, dass ein Hauseigentümer da sauer ist, wenn das irgendwie gesprüht worden ist oder so. Und er das entfernen muss von seinen Kosten, weil man den Täter nicht bringt. Also das verstehe ich schon auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sehe ich Graffiti gerne im Standpunkt. Und da nicht mehr Thema, nicht mehr Zeit, wie es sich hingeht. Und da nicht mehr Zeit, sondernей, Training, für die Szene, für die Szene. Und da nicht mehr Zeit. Ich Hinsicht, wenn du dich anst.